Dann herzlich willkommen zum Thema Big Data und Datenanalyse. Dazu möchte ich Ihnen natürlich heute ein bisschen was erzählen, wie jedes Mal. Und als allererstes geht es heute um die Intention. Warum macht man das eigentlich? Warum machen wir Big Data? Und ich erkläre Ihnen auch gleich natürlich, was Big Data ist. Und zwar wollen wir mit Hilfe von Big Data und Statistik wollen wir neue Erkenntnisse gewinnen. Das ist jetzt erstmal sehr allgemein formuliert, aber der Begriff ist, also der Bereich von Big Data und Data Science ist eben auch sehr, sehr weit formuliert. Jetzt kommen wir mal zur Definition. Und zwar geht es da um die sogenannten Vs. Also V wie wirklich der Buchstabe im Alphabet. Und zwar gibt es da jeweils ein englisches Wort, was dafür steht. Bei Big Data kann man nicht so einheitlich definieren, sondern es gibt Big Data in verschiedenen Bereichen. Das heißt, wir können das im Bereich Volume machen. Das heißt, im Bereich Umfang und Datenvolumen. Wir können das im Bereich Velocity machen. Das heißt, die Geschwindigkeit und der Datenfluss. Wenn ich also sehr schnell sehr Daten verarbeite, fällt das auch in den Bereich Big Data. Dann haben wir den Bereich Variety. Das heißt, die Datenvielfalt und die Datenarten. Das heißt, wenn ich sehr unterschiedliche Daten verarbeite, als Beispiel, wenn ich von meiner Wetterstation andauernd die Temperatur auslese und das einmal in der Stunde speichere, ist das natürlich was anderes, als wenn ich auf einmal anfange, das gesamte Kaufverhalten von Deutschland zu speichern. Dann habe ich sehr schnell, sehr viel und sehr unterschiedliche Daten. Dann habe ich die Veracity, also die Datenqualität, die Richtigkeit. Wenn ich also sicherstellen muss, dass Daten besonders richtig und eine besonders hohe Qualität aufweisen, wenn wir uns zum Beispiel im Finanzsektor oder bei medizinischen Daten bewegen, dann muss ich natürlich darauf achten, dass die Daten möglichst richtig sind. Und dann gibt es noch den Punkt Value, also den Wert und den Nutzen dieser Daten. Das heißt, auch da kann ich in den Big Data Bereich gehen, Big Value Daten, wenn es eben zum Beispiel um Finanzdaten geht oder um medizinische Daten, wo es um sehr persönliche Sachen geht. Wo eben auch dann der Wert, im Vergleich jetzt wieder das Beispiel mit meiner Wetterstation, da ist es eigentlich egal, ob ich jetzt fünfmal am Tag hier meine Temperatur ausgelesen habe, den Datenwert, der ist im Allgemeinen relativ gering im Vergleich zu dem, wenn ich sage, es geht hier um Gesundheitsdaten zum Beispiel. Und das bringt mich jetzt auch zu dem nächsten Punkt für den heutigen Vortragsbereich, für die Diskussion, da können wir das gerne wieder aufgreifen, aber jetzt für unseren Vortrag heute. Wir lassen jetzt heute mal den Datenschutz einfach mal außen vor. Gerade im Bereich Big Data ist natürlich Thema Datenschutz ein ganz großes Thema. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es fürchterlich uninteressant. Aber ich lasse Ihnen jetzt bewusst mal heute diesen Punkt einfach außen vor, weil sonst kann man sich daran dumm und dusselig diskutieren. Jetzt möchte ich Ihnen mal ein bisschen eine Größenordnung geben, damit Sie ein Gespür kriegen dafür zu sagen, was ist denn Big Data? Sowohl in Geschwindigkeit als auch im Volumen. Das heißt, wir haben das zwar schon mal diskutiert, aber ich schreibe Ihnen das Ganze nochmal hin. Ein Byte sind im Allgemeinen 8 Bit. Also 8 Einsen und Nullen. Eine Eins und Null, klar, der kleinste Speicher, den wir uns vorstellen können, ist eine Eins oder eine Null. Das wäre ein Bit. 8 Bit sind im Allgemeinen für die letzten 50 Jahre der IT-Geschichte sind 8 Bit ein Byte. Dann haben wir ein Kilobyte. Auch abgekürzt KB. Das sind 1024 Byte. Der nächste Schritt, den Sie auch kennen, ist ein Megabyte. Das ist das MB. Das sind wieder 1024 Kilobyte. Der nächste Schritt, der dann kommt, ist ein Gigabyte. Das GB. Das sind wieder 1024 MB. Warum immer 1024? 1024 ist 2 hoch 10. Das kann man im Rechner sehr, sehr schön ausdrücken, wenn ich immer so einen Faktor 2 hoch irgendwas habe. Das heißt, wir rechnen hier immer mit einem Faktor 2 hoch 10. Dann haben wir als nächstes das Terabyte. TB. Wieder 1024 Gigabyte. Jetzt wird es interessanter. Danach kommt das Petabyte. Und das Petabyte. Ein Petabyte. PB sind 1024 Terabyte. Und den letzten, den ich Ihnen noch erzähle, oder den ich hiermit aufschreibe, ist das Exabyte. EB. Das sind 1024 Petabyte. Danach kommt noch das Z-Abyt und das J-Abyt und so weiter. Um jetzt mal ein Gespür dafür zu kriegen, uns interessiert jetzt mal die Größenordnung. Wo, in welcher Zeile sind wir denn so im Hausgebrauch? Um Ihnen mal ein Gespür dafür zu bekommen, ein normales Foto, was wir so machen, was Sie so mit dem Handy machen, das hat ungefähr 4 Megabyte. Das heißt, mit einem Foto sind wir im unteren Bereich hier. Der normale Rechner, den Sie zu Hause haben, oder das normale Handy, das hat Speicherbereich so in diesem Bereich. Das ist so der Consumer Market. Jetzt im Jahre 2023. ist das so ungefähr der Bereich, wo wir uns mit dem, was wir zu einem vernünftigen Preis, Leistung zu Hause haben, ist das so die Größenordnung. So, jetzt mal Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Sie kennen das alle, wenn Sie so einen DSL-Vertrag für Ihren Anschluss oder einen Kabelvertrag für Ihren Anschluss zu Hause haben, für Ihren Internetanschluss, dann wird das immer mit so und so viel tausender DSL angegeben. Dann haben Sie, ich habe hunderttausender DSL. das bedeutet, wenn ich ein hunderttausender DSL bedeutet, ich habe hunderttausend Bit pro Sekunde an Übertragungsgeschwindigkeit. das sind dann durch 8 erinnern Sie sich hier oben ungefähr sowas wie 10 rechnen wir mal konservativ, das sind 10 tausend Byte pro Sekunde. Das heißt, dass wenn ich das jetzt noch mal teile, dann komme ich auf 1 Megabyte, also 1 MB pro Sekunde an Übertragungsgeschwindigkeit. Damit Sie mal so ein Gespür bekommen, wie schnell sowas ist. Einfach mal so größenordnungsmäßig. Das, was wir normalerweise zu Hause an Netzwerk haben, wenn Sie wirklich noch physische Netzwerkstecker haben, da reden wir dann von Geschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde. Das ist wirklich das, was Sie an Netzwerk im allgemeinen Hausgebrauch zu Hause nutzen, wenn Sie die ganz normalen Konsumersachen haben. Damit Sie mal so ein Gespür haben davon, WLAN zum Beispiel hat maximal im Moment so 2,5 Gigabit pro Sekunde. Das heißt, die WLAN-Verbindung, die Sie am Handy haben. Wenn Sie wirklich das modernste Handy mit dem absolut modernsten Router heutzutage Jahr 2023 haben, dann kommt man so auf diese Geschwindigkeit im theoretischen Optimum. Jetzt müssen wir uns mal zurück zum Big Data mit der Datenherkunft. Beschäftigen. Wo kommen unsere ganzen Daten, mit denen wir uns jetzt beschäftigen möchten, denn überhaupt her? Da gibt es mehrere Sachen. Ich kann verschiedenste Überwachungssysteme haben. Sprich Kameras, Türsensoren, alles was irgendwo überwacht. Ich kann Kunden und Bezahlkarten haben. Das heißt, alles was ich an EC, Kreditkarten oder so Bonusprogrammen habe, da gebe ich Ihnen gleich auf, wir werden gleich drei schöne Beispiele zu Big Data sehen, wo das dann noch ein bisschen fassbarer wird, aber da geht es eben um Kundenkarten. Ein wunderschönes Beispiel. Das ist auch für diese ganzen Anbieter dieser Kunden und dieser Bonusprogramm, man wird da ja häufiger gefragt, ob man irgendwelche Bonuskarten hat, gerade beim Tanken etc. Und die finanzieren sich natürlich auch darüber, dass die über diesen Ansatz, dass da eben Daten gesammelt werden, eben Big Data mitmachen. Dann haben wir natürlich die elektronische Kommunikation. Das heißt, da, wenn ich eben auf unverschlüsseltem Wege kommuniziere und auch alleine das Kommunizieren an sich reicht schon, ich brauche ja dann auch nur, es ist ja auch schon ein valides Datum zu nehmen, mit wem ich kommuniziere, das ist ja auch schon ein interessantes Datum, wo ich auch sehr viel mitmachen kann, auch wenn die eigentlich Inhalt der Nachrichten verschlüsselt ist, aber da geht es natürlich dann um elektronische Kommunikation, da kann ich auch sehr viel Daten rausziehen. Zum Positiven und Negativen, wie gesagt, die ganzen Punkte, die ich jetzt hier aufführe, wir lassen den Datenschutz außen vor und es ist jetzt einfach mal rein objektiv betrachtet. Also die ganzen Sachen, die ich Ihnen erzähle, sind rein objektiv, das ist jetzt weder zum Positiven noch zum Negativen, in beide Richtungen kann man da sehr viel draus machen. Dann ein ganz großer Punkt ist natürlich Social Media. Das ist das, was Social Media eben auch so groß gemacht hat, damit können Sie richtig viele Daten nehmen. Und bei Big Data und bei Datenanalyse geht es immer darum, Daten zu sammeln, möglichst viele Daten zu bekommen. Ein weiterer Punkt sind natürlich Sensoren, das heißt, sei es jetzt mein Auto, meine Heizung, mein Aufzug hier im Haus, da sind überall Sensoren drin und diese Daten kann ich natürlich auch auswerten. Und ein weiterer Punkt, den man auch nicht vergessen darf, sind ganz einfach die Behörden. Das heißt, das Statistische Bundesamt bekommt auch zu völlig legitimen Zwecken natürlich Daten der Behörden oder auch wenn wir jetzt wie letztes Jahr einen Zensus hatten, da geht es natürlich auch darum, dass dann auch das Statistische Bundesamt mit diesen großen Datenmengen und dieser großen Datenvielfalt, da sind wir natürlich dann wieder im Big Data im Bereich der Vielfalt, dass damit dann auch gearbeitet werden kann. Da kommen natürlich auch als Datenquellen kommen natürlich auch Behörden in Frage. So, was machen wir jetzt damit? Wir machen damit eine Datenanalyse. Was bedeutet das? Das bedeutet einfach mal salopp gesagt, wir hauen mit der Statistik da drauf. Das heißt, wir nutzen statistische Methoden, um Erkenntnisse aus diesen Daten zu gewinnen. Und um Ihnen jetzt mal ein einfaches Beispiel für eine statistische Erkenntnis zu geben, das wäre zum Beispiel eine Korrelation. Das heißt, wir versuchen nach Korrelationen zu suchen. Wenn das ist, ist auch das. So, da, und das ist jetzt was, deswegen führe ich die Korrelation hier auch so gerne an, deswegen, da möchte ich Ihnen jetzt eben einen ganz großen statistischen, ja, man nennt es eben beim Sprachenlernen nennt man es False Friend, so eine Illusion nehmen, weil Korrelation ist ungleich Kausalität. Das heißt, nur weil zwei Dinge miteinander auftreten, heißt das noch lange nicht, dass sie sich auch gegenseitig bedingen. Das ist ein ganz großer Irrglaube, den man immer wieder, da falle ich auch immer wieder drauf rein, da muss man sich immer wieder diesen Satz, Korrelation ist nicht Kausalität vor Augen führen, nur weil zwei Dinge gemeinsam auftreten, auch wenn unsere Psyche das gerne so sieht, heißt das aber noch lange nicht, dass die auch sich bedingen. Ich gebe Ihnen da mal ein Beispiel für, und zwar ist ein ganz schönes Beispiel dafür, der Zusammenhang der Anzahl der Störche ist ganz stark korreliert mit der Anzahl der Geburten. Ja? Nun wissen wir alle, dass Störche nun mal nicht die Babys bringen, wie man das auch aus verschiedenen Geschichten kennt, aber die Babys kommen eben nun mal nicht vom Klapperstorch, aber in Gebieten, wo es mehr Störche gibt, gibt es auch mehr Geburten. Das ist statistisch tatsächlich so, das können Sie, das kann man nachschauen. So, und da ist es eben ganz interessant, das liegt einfach an einem dritten Faktor. Und zwar ist es einfach so, dass in weniger industrialisierten Regionen in Deutschland die Geburtenrate höher ist, also auf dem Land werden mehr Kinder geboren als in der Stadt, statistisch, und auf dem Land leben natürlich auch mehr Störche als in der Stadt. Das heißt, diese Korrelation zwischen Störchen und Geburten, die ist ganz stark da, wo es viele Störche gibt, gibt es viele Geburten, aber der Storch und die Geburten haben nichts miteinander zu tun. Das ist eben so der statistische Irrglaube, auf den man ganz gerne reinfällt. So, was machen wir denn jetzt mit der Datenverarbeitung? Was können wir denn jetzt an Erkenntnissen da rausziehen? Ein Beispiel ist ganz klar das Microtargeting. nennt man das. Das bedeutet, dass ich früher hat man sich, sagen wir mal 50 Jahre im Marketing zurück, da hat man sich die Zielgruppe gebaut und mit dieser Zielgruppe hat man dann versucht, wahrscheinlich möglichst einen hohen Prozentsatz der Deutschen anzusprechen, wenn sie eine Werbekampagne gestartet haben. Heute ist es natürlich so, dass ich auf verschiedenste Medien, gerade im digitalen Bereich, die Menschen individuell ansprechen kann. Und wenn ich dann eben meine Zielgruppe nicht mehr auf einen einstelligen Prozentsatz der Deutschen heraus definieren kann, sondern auf sagen wir mal 10.000 Menschen in Deutschland, aber die genau ansprechen kann, weil ich dann eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit habe, weil ich so viele Daten habe, weil ich weiß, dass diese Leute sich dafür interessieren, was weiß ich, Leute, da sind wir wieder bei Korrelationen, da ist mir die Kausalität egal, Leute, die in den letzten fünf Monaten blaue Socken gekauft haben, trinken gerne grünen Tee, als Beispiel. Wenn ich das aus meinen Daten heraus sehen kann, dann kann ich natürlich für diese Leute, die blaue Socken gekauft haben, gezielt Werbung für grünen Tee schalten und habe natürlich damit eine viel höhere Treffer Wahrscheinlichkeit und auch einen höheren Return of Invest nennt man das eben, wie viel ich für mein Geld wieder in der Werbung, wie viel Geld ich investieren muss, um wieder was zurück zu bekommen. Das heißt, wir sind da auch ganz klar im Bereich der Marktforschung. Wir sind aber auch im Bereich darin Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Das kann natürlich einerseits Betrug im Finanzwesen sein, das heißt, wenn ich dann auf einmal sehe, dass da Überweisungen irgendwo hingehen, wo der Mensch noch nie was hingegeben hat und das auch wenn ich mir diese statistische Person gebaut habe, dass das relativ unwahrscheinlich ist, dass dieser Mensch jetzt auf einmal dahin anfängt zu überweisen, dann geht da natürlich alle Alarmglocken an. Das kann aber natürlich herstellt, die 100.000 Schrauben in der Stunde fertigt oder am Tag fertigt und da sind dann Sensoren drin, wie hoch ist der Druck hier, wie stark muss die Maschine daran ziehen, wie doll muss dieser Motor anspringen und ich weiß eben, dass wenn dieser Motor da anspringt, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass meine Schraube verbogen ist, deutlich höher ist, dann erkenne ich natürlich auch einfach Unregelmäßigkeit und kann dann zum Beispiel gucken, ob zum Beispiel mein Rohmaterial nicht mehr so gut ist, das heißt auch da, wenn ich eben mit vielen Daten da reingehe und die auch schnell verarbeite, das heißt ich bin dann im Bereich von Velocity und Volume, dann kann ich natürlich da auch sehr interessante Erkenntnisse mitgewinnen, zum Beispiel, dass ich weniger Ausschuss produziere in meiner Produktion. Ich kann natürlich auch versuchen, Vorhersagen zu treffen, das heißt, wenn ich meine vorhandenen Daten nehme und die nach bestem Wissen und Gewissen und nach allen Regeln der Kunst analysiere, kann ich natürlich dann auch anfangen, damit Vorhersagen zu treffen und zu sagen, es ist zum Beispiel wahrscheinlich, dass jetzt im April sehr viele Leute Skiklamotten kaufen, weil in den Osterferien viele Leute mit der Familie Skifahren gehen. Ist jetzt eine einfache Vorhersage, aber das kann ich natürlich dann auch weiter ins Detail treiben. Dann könnte ich sagen, welche Skiklamotten, wann und wo bewerbe ich die am besten. Dann ein Thema, was uns die letzten Jahre natürlich massiv beschäftigt hat, Epidemien. Das heißt, die Daten, die ich zum Beispiel in den letzten paar Jahren über Covid gelernt habe, daraus eben auch Modelle zu generieren, die dann auch eingesetzt werden können im medizinischen Bereich. Das heißt, Modelle zu generieren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass im nächsten Monat meine Intensivstationen so und so ausgelastet werden. Das kann ich eben machen, weil ich hatte jetzt relativ viele Covid-Fälle weltweit. Ich kann sehen, wie viele Menschen mit einer Infektion ins Krankenhaus mussten und wie eben die Auslastung ist. Das sind so verschiedenste Datenverarbeitungszwecke, ob es positiv oder negativ ist, muss man eben im Einzelfall betrachten, aber da gibt es dann eben die verschiedensten Anwendungszwecke, mit denen man eben große, also Big Data Datenmengen anwenden kann. Und im Bereich zum Beispiel von der Medizin ist das eine durchaus sehr sinnvolle Sache, wenn die Daten ständig benutzt werden. Und jetzt gebe ich Ihnen noch drei Beispiele. Beispiel Nummer eins ist der LHC, der Large Hadron Collider in der Schweiz, der Teilchenbeschleuniger. Der steht am CERN, das ist eben das größte Kernforschungsinstitut der Welt und hatte so in den letzten paar Jahren die Aufgabe, die Suche nach dem Higgs-Boson. Das war so bei den Teilchenphysikern das letzte Teilchen, was so in einem der Puzzles gefehlt hat und das haben wir 2012 auch tatsächlich gefunden. Und um Ihnen jetzt mal ein Gefühl für die Größenordnung zu geben, wenn wir jetzt mal wirklich von Big Data reden. Das CERN produziert ungefähr 15 Petabyte pro Jahr. an Daten. An reinen Daten. Also gehen Sie mal zurück, das sind 15.000 Terabyte, die pro Jahr produziert werden. Aktuell werden ungefähr 600 Petabyte gesamt an Daten dort gespeichert. jetzt nehmen wir mal, das ist schon eine ganz große Datenmenge. Klar, wenn man jetzt zu Google oder sowas geht, Google sagt man immer, ist auf der Exascale, schimpft man das dann in Expertenkreisen, das heißt, die nutzen 1000, die sind so bei 1024 Petabyte, also die haben diese Exabyte-Grenze überschritten. aber auch schon 600 Petabyte ist schon im weltweiten Vergleich sehr, sehr weit oben. Jetzt möchte ich Ihnen eines der Experimente am Large Hadron Collider mal datentechnisch näher bringen, und zwar ist das das Atlas-Experiment, das ist einer der Teilchendetektoren, die an diesem Teilchenbeschleuniger in der Schweiz angebracht sind. Wenn ich Teilchendetektor sage, denken Sie gar nicht so kompliziert, denken Sie mal einfach Digitalkamera. So, dieses Ding produziert an Rohdaten ungefähr ein Terabyte pro Sekunde. Ja, das heißt, der normal sterbliche Laptop, den wir haben, der kann genau für eine Sekunde die Daten aufnehmen, die dort produziert werden. Da die cleveren Physiker, die da dran arbeiten, aber gemerkt haben, dass das einfach nicht verarbeitbar ist, wird das sofort gefiltert auf ein Gigabyte pro Sekunde. Das wird sofort um den Faktor 1000 runtergefiltert, bevor es überhaupt richtig gespeichert wird. Da sind wir dann wieder im Bereich Big Data in der Geschwindigkeit. Auch das ist ein valider Big Data Punkt, das heißt, hier werden sehr schnell sehr viele Daten verarbeitet. Damit landen wir dann ungefähr bei 100 Terabyte pro Tag. Das sind so Größenordnungen, das kriegt man hin. Das schafft man. Das ist so das Beispiel aus der Wissenschaft, wo es darum geht, große Datenmengen schnell zu verarbeiten. Zweites Beispiel ist Kundenkarten. Das ist jetzt ein bisschen mehr Märchengeschichte, was ich Ihnen dazu erzähle. Und zwar gibt es eine große amerikanische Supermarktkette, die es auch mal in Deutschland versucht hat, sich aber auch aus dem deutschen Markt zurückgezogen hat, die auch Kundenkarten haben. Und die sind dann eben hergegangen und wenn Sie dann Ihre Kundenkarte, gibt es ja auch in Deutschland, bei verschiedensten, entweder vom Anbieter selber oder eben so Meta-Anbieter, die eben mehrere Anbieter bündeln, wo man dann eben so Bonusprogramme kriegt. Die geben Sie dann an der Kasse ab und dann wird das eben Ihr Kundenkonto mit Ihren Einkäufen verknüpft. Und die haben tatsächlich Big Data so gut betrieben, dass die wussten, dass Menschen schwanger sind, bevor die es selber wussten. Das heißt, anhand des Kaufverhaltens, wenn Sie sich auf, wenn die, Frauen auf einmal angefangen haben, sich unbewusst, obwohl die selber noch nicht wussten, dass sie schwanger sind, zum Beispiel nicht mehr in die untere Reihe zu bücken, sondern nur noch Produkte aus einer höheren, die höher im Regal eingeordnet waren, zu kaufen und eben dann das verschiedenste Kaufverhalten konnten die mit einer irrsinnig hohen Trefferquote sagen, ob diese Frau jetzt eben schwanger ist oder nicht. das hat damals, das machen die mittlerweile nicht mehr, weil die sind natürlich hergegangen und haben den Leuten dann so Briefe, also Werbung, Werbebriefe mit Babyprodukten und Schwangerschaftsprodukten geschickt. Das hat ein bisschen für schlechte Presse besorgt, weil die Damen wussten das teilweise selber noch nicht, ganz geschweige denn die Männer, falls es überhaupt den entsprechenden Mann gab. Das hat eben für ein Riesenaufsehen gesorgt, weil die konnten alleine durch das, was sie eingekauft haben, ziemlich genau vorhersagen, ob die Leute schwanger sind oder nicht. Fand ich super interessant. So, das ist so die Märchengeschichte. Upsala. Da müssen wir jetzt einmal abbrechen. Ja, da kam gerade der Anruf. So, und der letzte Punkt, den ich Ihnen noch erzählen möchte, ist ein wunderschöner Vortrag, den ich jedem jedem ans Herz legen kann. Wenn Sie mal eine Stunde Zeit haben, suchen Sie mal bei YouTube nach Spiegel Mining. Dann finden Sie einen wunderbaren Vortrag von einem Herrn David Kriesel. Das schreiben wir nochmal anständig. Komm her. Der Mann ist Informatiker und der macht begnadetst gute Vorträge beim Chaos Computer Club. Und was der gemacht hat, ist, der hat über einen längeren Zeitraum einfach mal alle Beiträge, wie er das so schön nennt, des Spiegel Onlines, also vom Spiegel der Nachrichtenagentur, Spiegel Online, wie er es schon sagt, zu Vorratsdaten speichern und hat dann mal geguckt, was er für Erkenntnisse rausziehen kann. Und ich kann Ihnen das einfach zusammenfassen mit dem schönen Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Wenn Sie mal eine Stunde Zeit haben, gucken Sie sich diesen Vortrag an, weil der zieht wirklich daraus tatsächlich einfach nur aus den öffentlich vorhersehbaren, öffentlich zugänglichen Informationen, die da sind. welcher Redakteur mit welchem Redakteur ein Verhältnis hat, wer wann im Urlaub ist. Ich glaube, er kommt sogar hinterher auf die Gehaltsklassen und so weiter. Also es ist erstaunlich, es ist ein unglaublich guter Vortrag, den ich wirklich nur jedem sehr ans Herz legen kann. Der spricht eine Stunde darüber, was man alles so wirklich mal, wenn man sich das Detail anguckt, mit Datenanalyse und Big Data machen kann. Und damit habe ich Ihnen jetzt schon mal, glaube ich, einen ganz schönen Einblick und Start in den Bereich Big Data und Datenanalyse gegeben. Und dann Vielen Dank.